bietrich ein klauenhammer was ein klauhammer klauen ja klauhammer ach holo nix was ist denn du hier da kommt doch dran drinnen ich hab mir erst mal den kopf ab ja dann mal da raus und fertig machen ich kann eh nix haben deswegen tue ich alle zombies töten ok wie du mein ja was soll ich sonst machen wenn ich nicht sammeln kann ich bin echt kopflos ich bin oben da wird man dich loben lass mich da schon alleine du bist aber sehr ding ich bin oben ich bin oben ich bin oben So, die Triche haben wir jetzt genug. So, jetzt können wir einen hinteren Teil geben, ich bin da vorne durch. Moment. Ich muss nur was machen. Sicher, dass du dich bist. Da liegt auch noch was drin. Wo? Auf der rechten Seite. Ist noch nichts gelootet worden. Ah, wo? Hm? Wo? Hier. Da war ich hier. Da ist noch irgendwo was drin. Malerpinsel. Teilweise. Teilweise. Na ja, du rennst immer weg. Ach, da drin war ich noch nicht, ne? Na lass ihn rauskommen. Der schläft schon. Da ist ein Rahmenbüffel drin. Ja, wir brauchen das mal, gell? Hau einen Pfaden. Einen Pfaden schon, oder? Ja, das andere nicht. Ja. Da wird noch was drin. Wo? Ja, da war ich auch nicht. Ein Pinsel. Hm. Moment. Leutnant Max, guten Abend. Hallo Max, willst du mitmachen? Zombies Hello. Sehr spät. Sehr spät. Hm? Oh, der Max ist doch auch so aufkreuzt. Max, willst du mit? Oey. Sein Internet schwackt. Hm. Ja, meins auch. Ist normal. Also, die Würfeln brauchen wir nicht, hast du gesagt. Aber in Zement. Hm. Ist normal, wenn man so ein Hartz viel Internet hat wie ich. Da ist noch eine Kiste. Das kenne ich von Hero. Äh, warum sind da so viele Würfeln drinnen? Weiß ich, ne? Ah. Hey, da ist so eine komische Axt drinnen, was du hast. Geil. Hm. Was ist das andere? Was denn? Äh, Elektro-Zeit-Schalter-Eleven. Das bauen wir später. Das bauen wir später erst. Jetzt hab ich auch so eines wie du. Ha, 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 ha. Von mir müsstest du es auch kennen, Hulu. Bitte? Von ihm sollst du es auch kennen. Was? Er hat geschrieben. Nee, ich hab gedacht, du hast eine Internetverbindung. Scheinbar nicht. Achso. Äh. Hey, da ist die Küche. Warst du es euch schon? Hm, ja. Und ich hab nicht alles geholt. Leer. Ja, ein Kast. Ah, na, es ist weg. Jetzt kannst du mich mal umberührt. Sonst hast du alles mit. Sonst hast du alles. Das mit, das mit dem schlechten Internet. So, so. Noch ein Dietrich. Jetzt hab ich insgesamt sechs Dietricher. Ist doch gut. Haben wir das schon fertig? Gibt's da einen Stopp? Da gibt's einen Stopp? Ja, am Dach ist nix. Hab ich schon nachgeschaut. Okay. Und eine Garage, eh? Undis. Da waren wir schon eigentlich. Wo ist ein Hundis? An der Seite. Ist ne Hundehütte. Am Dach oben warst du schon. Hm. Etwas mit einem schlechten Internet, ja, aber ich dachte, du hast, äh, no, Internet. Oh, hast du was gemerkt, Holo? No. Wir sind fast vier Stunden dabei und mein Internet ist nicht abgestürzt. No, sehr gut. Äh, jetzt bin ich voll. Ich auch. Jetzt bin ich voll. Dann müssen wir wieder zurück. Jetzt, äh, ja. Willst du das? Hey, da sind Hunde. Hab ich doch gesagt. Äh, äh. Äh. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tschüss. Und zum Regnen fängst du an. I am RIP. Rest in Peace. Hey, was? Was denn? Greif mich da an. Der Zombie. Hünchen. Mach Wurfwurf. Abnormalerweise Lahn, das geht aber wieder nicht. Weil irgendein Router das blockiert. Jetzt bin ich halt nur mit WLAN-Hotspot. Aber WLAN-Hotspot ist Müll. Finde ich. WLAN-Hotspot ist kompletter Sperrmüll. Oder Holo? Ja. Wünschen. Ja, ich hab zwar WLAN, aber ich hab den Computer, also über Kabel hin. Richtig nicht. Viel besser. Ich geh mal kurz ausräumen, ja? Ich hab's über Adapter. Ja, ausräumen. Ich bin hinter mir, hinter mir ist ein Hund. Lustig. Wo bist du? Ich wollte zu dir kommen. Oh, ich hab mich, hab mich kurz versteckt. Dass der Hund wegkommt. In der Tankstelle. Wo bist du? Da bin ich. In dem Baum. Hast du dich in dem Baum versteckt? Oh, nein. Oh, nein. Ach doch. Zum Zocken unmöglich. Oh, wieso? Geh, probier's. Steig ein. Ich bin der Host, nicht du. Ja, ich weiß. Ja, ich weiß. Ach so, wegen denen. Brauchst du das mehrere Internete an, was? Mhm. Max von der Hero schickt der Einladung. Oh, ich hab keine Ausdauer. Ich auch nicht. Oh, 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 oh. Ich bin schon wieder schwer verletzt. Ich hab schon wieder eine, eine, eine Wunde. Oh. Aber warte mal. Eine Runde Wettbeleid. Ich hab ja sowas da. Eine Salbe. Na bitte. Sind es noch mal 48 Minuten? Ich glaub, da geht jetzt eh schlafen. Was? Was? Hab normalerweise... Mal schauen, halb neun. Du hast... Du hast ja gesagt, um die Uhrzeit geht er schlafen. Ja, normal. Aber hin und wieder ist er dabei. Der Max ist in der Lobby. Max, du musst in... Ach so, nein. Moment. Schau mal, der ist... Da sind wir daheim. Hallo, Max. Ja. Ich hoffe es. Hallo. Und, was ist? Maler, es klappt das mit Hotspot nicht, dass ich Discord und Spiele gleichzeitig. Es klappt schon. Ich mach's ja genauso. Ich mach's ja genauso. Du machst es genauso. Ja, aber unser Hotspot ist echt scheiße. Ja, um... Äh, mein Name, Max. Das war's. Ja. Äh... Ich hab mir ein Ding dazu geholt, ein Booster. Ja, das Internet noch boostet. Dass es besser funktioniert. Alter. Weil normaler, was du haust, das bringt dir nix. Oh, probier's mal. Vielleicht funktioniert's doch. Mox, komm. Ja, ich bin doch schon dabei, Schatz. Ich weiß, ich weiß, lass mich ein bisschen segern. Sag mal, was hab ich da gefunden? Geschmiedetes Eisen, wo hab ich den Satz gefunden? Gute Frage. Ah, jetzt darf ich aber Dietrichs eingesteckt. Frag mal die nächsten Apotheker, da kann ich auch helfen. Die Apotheker? Mhm. Nee, die Apotheker können nicht helfen. Was ist das? Rindfleisch? Hühner? Ja, der sagt immer, nemen... ...einen Sand vom Mund. Nehmen. Nehmen, ja, nehmen. Nehmen. Das ist das Wort? Hm? Nehmen. Passwort? Das ist das einfachste. Passwort! Holu? Mir heißt Passwortfehler, erneut versuch. Holu, du weißt das Passwort. 1-994. Achso. Das ist das einfachste Passwort. Ja, das ist die Jagd. Äh... Aber hast du eigentlich das Passwort nutzen müssen, Holu? Du hast ohne Passwort gemacht. Ohne? Ich hab gar nichts eingeben. Okay, vielleicht musst du es noch einmal eingeben. Möglich. Äh... Bambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambamb Auf jeden Fall schrei es nicht, du Knobler, Knoblauch. Du Knoblauch. Du bist ein Knobel, wenn. Ich bin noch der Knoblauch. Doch, du bist ein Knobel. Noch. Doch. Ein Knobel? Ein Knobel. Sag mal einen Klauen haben, was mach ich mit dem? Ich geh zu klauen. Nein, mit dem kann man nicht mehr aufbrechen, kann man da was, ne? Der ist zum Bauen. Der ist zum Bauen. Also das brauchen wir dabei nicht, mit Bauen dabei nicht. Nö. Kennst du dich? Ich wollte gerade tatsächlich ein bisschen den Koffer für Wien packen. Kennst du dich da aus? Jetzt schon? Ja, ich fahr ja am Mittwoch schon zu meinem... Ich weiß, aber ich fahr am Mittwoch ja schon nach Ortenburg und da muss ich das Zeug schon gepackt haben. Ach so, ach so, ach so. Wir fahren ja von Ortenburg los. Ach so. Wir fahren mit dem Bus nach Passau und von Passau fahren wir dann mit dem Reisebus nach Wien. Aha. Ach so. Okay. Ach, mir geht's mal hier. Dann suchen wir die Holo. Schon schon. Ja. Dann kannst du dich schon bestrafen. Weil die war manchmal sehr böse. Nee. Nee? Ich bin nie böse, gell? Ja. Danke, Max. Wenigstens einer, der was zu mir holt. Ja, ja. Was? Ja, ja. Ja, ja. Haben wir schon zwei Bindeln? Ja, gut. Besser als gar nichts. Äh. Wo ist der Kleber? Ja. Äh. Müsste in der Kiste sein. Oder haben wir schon alles verbraucht? Welcher? Das weiß ich nicht. Hat ja alles durcheinander. Nee, geh mal auf meine Seite schlicht. Ich war's nicht. Das zieh ich mir aus. Ich war's nicht. Das zieh ich mir aus. Meiner Seite. Leider blöde Sekunden. Äh. Leute, wir müssen wieder was. Was denn? Oh. Oh. Und dies. Äh. Sag einmal, das tierische Fett, gehört das nicht auch zu den Lebensmitteln? Nein, das kommt zu Craften. Ah, okay. Aha. Mhm. Oh mein Gott. Ich hab mich dann da schon gebraucht. Eine zweite Kiste für Gewand. Max, Gewand haben wir genug. Kennst du dich aus? Oder kannst du nicht so raus? Ich? Mhm. Ich bin Profi in dem Spiel. Wer kann denn? Ich bin schon zweimal durch. Hahaha. Ich hier. So, ich wär einmal. Äh. Aufbewahrung. Nee, ich hab das jetzt eigentlich schon zu früh gespult. Na, mach doch nix. Wie heißt die Kiste? Welche? Gesichert deine Aufbewahrungskiste. Mhm. Gesicherte. Ja. Aber wenn du ne neue warst, musst du die wieder entsperren. Also die sind für dich gesperrt. Mach eine Kiste bitte. Ja, aber wie werden jetzt schon die Leute weg? Hm? Ja, die kann man aber aufsperren. Ja, kann man. Ja. Jetzt hab ich zwei gemacht. Blöd. Mach gleich 100 Stück. Ne. Und was mach ich mit 100 Stück? Ich glaub ich bin gleich raus. Wenn wir lecken. Ja, wenn's leckt, lieg ich's nicht am Internet. Ich glaub nicht. Dann lieg's an der Grafikkarte. Ich bin jetzt gerade erwacht. Dann lieg's an der Grafikkarte. Sag mal wie sperr ich die Kiste auf? Hast du gesagt? Mit E. Mit E. Und dann war's Schluss drauf. Entriegel? Mhm. Ja. Das Geruckel kommt nicht vom Internet, das kommt von deiner Grafikkarte. Da ist wahrscheinlich die Qualität zu hoch eingestellt. Ne, das kann nicht sein, weil es auf Maximum niedrig ist. Und ich habe richtige Legs können aufmachen von Sachen. Und wenn mich Heldport ist, ist Zeigerung. Das hat nichts gemacht. Äh, mit Grafikkarte. Ah, ich habe das auf der falschen Seite nicht gebaut. Ganz sicher nicht. Na gut, dann bauen wir es wieder auf. Nein, das lasse ich jetzt stehen. Dann baue ich halt noch eine Kiste. Allem komischerweise legt es ja, wenn ich euch wieder nicht gehöre. Wenn ich euch nicht gehöre. Ja genau, dann habe ich halt immer so, dass hier so wie Time-Out oder so. Ich habe gar nichts gehört. Sehr komisch. Ich habe schon gesagt, der Hotspot ist scheiße. Du kannst da eigentlich für gar nichts brauchen. Aber ist deine Fritzbox so weit weg oder wie? In der Box? Wir wohnen ja in einem Wohnheim und wir haben quasi vor Fritzbox das ganze Wohnheim. Also ich sterbe gar nicht. Wieso das eigentlich? Also da war Internet für, keine Ahnung, 100.000 Leute. Und wir haben aber also Superhelden dabei, die wollen halt, ähm, selber meinen, sie müssen sich dann an einen Router reinbauen und dadurch wird dann das Internet blockiert. Also die blockieren dann quasi das Netzwerk dadurch, dass sie halt über ihren Router, über DHCP Sachen verteilen. Äh, kannst du nicht sagen, wenn du mal, wenn du mal spielst, wenn du mal spielen willst, darfst die mal aufhören, irgendwas zu machen. Weil du willst ja auch selber nutzen, oder? Eigentlich schon, meistens gehs ja, aber jetzt geht halt lang gar nicht, weil sie komplett blockieren. Weil ich schon seit ich noch mal anbinde zur Zeit von der Arbeit versuche, irgendwie irgendwie das richtige Netzwerkreizung zu machen, aber es geht nicht. Hm, schade. Naja. Wirds nix. Nö. Schade. Ich lege halt drücken zusammen. Schade. Und leider nicht einmal irgendwelche Behältnisse aufmachen, um Zeit rauszukommen, weil's einfach eine Stunde dauert. Ja, bei mir ist auch manchmal ein kurzer Leck. Aber es liegt dann bei mir. Kurzer Leck ist in Ordnung. Aber es ist halt einfach meistens so... Oh, es passiert zwei Minuten nix. Oh, ich bin tot. Was? Ohne zu wissen, von wo ich gestorben bin. Hä? Richtig. Hä? Aber ruckelst du auch wenn du offline spielst? Äh, ich hab das Spiel noch nie offline gespielt. Aber ich glaube offline sollte kein Problem sein. Weil wenn's offline auch ruckelt, dann liegt's nicht am Internet. Aber es liegt selten in einer Grafikkarte, weil der PC, den ich jetzt hab, ist besser wie mein Alter, obwohl ich es hunderte Stunden lang gespielt hab. Und der hat's auch problemlos verkraftet. Und ich hab ja auch alle Einstellungen aufniedrig. Was hast du noch nicht für eine? Äh, da ist einfach ne 1070T drin. Und 1070 ist ne größte Leck. Weil die hab ich zwei Jahre lang gehabt. Die ist komplett schmutz, weil die ist nach ein Jahr kaputt. Egal, besser wie gar nix. Besser wie die vorige. Mhm. Eben, ich hab ja 1060 drin gehabt und ich hab jetzt auch da eine 1080er. Kann ich auch neu bauen. Wie müsst ihr die eigentlich immer einfach machen? Besser wie das vorige. Richtig. Yes. Also die 1060er fand ich schlimmer, die war kacke. Ich hatte, ich fand die 1070 schlimm. Die war komplett im Finage. So, das kann ich mir gar nicht leisten, echt? Willst du eine haben? Ja, gern. Ja, damit. Zahlst die Hälfte, dann kannst du haben. Zahlst die Hälfte? Mhm. Was heißt die Hälfte? 140, ungefähr. Ja. Wenn ich das wusste, dann werde ich die Nummer, ja. Wenn ich das wusste, dann werde ich die tatsächlich nicht mehr, ja. Mhm. Bist du schon wieder gestorben? He, Max! Ja. Weil ich brauch den nicht. Bist du schon wieder gestorben, oder was? Ich bin schon wieder gestorben, ja. Ja, komischerweise. Soll irgendwer zu dir kommen? Ja, ich weiß nicht mehr... Ja, ich glaub im Internet macht's keinen Sinn. Ich hoffe, dass morgen wieder geht, vielleicht können wir ja morgen zusammen. Ich hab ihn nicht gesehen, der war Spiderman. Der war erstmal auf einen Fleck, dann ist er verschwunden, dann ist er wieder auf den anderen Fleck. Ja, richtig. Ich glaub das bestimmt echt, wenn's Internet wieder geht. Mhm. Wir werden eh heute nicht mehr so lange machen. Wahrscheinlich noch eineinhalb Stunden, wenn das Wasser noch. Ja, weil du musst ja dann wieder... ...für Arbeit ready. Ich auch, ich hab Nachtschicht. Ja eben, du musst ja wieder für Arbeit ready. Mhm. Ich geh jetzt um 10. Ja, wobei... Vielleicht eh... Ich geh jetzt morgen Abend arbeiten. Ach so, ja nein, ich mein ins Bett. Ich geh heute um, keine Ahnung, um 2 Uhr, 3 Uhr, ungefähr. Ah ja. Früher, früher nicht. Haben wir schon wieder kein Wasser? Weiß ich nicht. Werden das ausgesoffen? Kannst nicht du gewesen sein. Ich bin ja nicht mehr da. Was heißt, du bist nicht mehr da? Ja. Ich bin draußen. Die ganze Zeit. Ah, da ist das Wasser. Okay, ich hab's gefindet. Gefindung? Gefindet. Was, du bist gefistet? Äh... So, jetzt haben wir Platz. Mhm. Was ich in Österreich cool finde, war Pfand auf irgendwelche Getränke, Dosen oder Flaschen. Ja, gab's damals auch nicht. Nicht auf alles, Max. Was auf... Nur auf Glasflaschen? Ja, gut. Glasflaschen. Ey, Mehrwegpfand. Aber sonst nix. Ja, eben. Das ist ja das Coole. Kein Einwegpfand. Kein so'n Schmutz. Schmutz. Aber das kommt 2025. Ja, das... Ja, die Automasen haben wir schon in der Arbeit. Leider. Ah ja, cool. Das ist die komische Fetten. Und was auch super toll ist, in Österreich, Almdudler. Almdudler, ja. Das haben wir zum Sauchel. Die ist bei mir, vor der Tür. Das ist geil. Almdudler haben wir, ja. Ja, das ist super. So. Die habe ich eingeschläfert. Ich verstehe ja nicht, warum... So, jetzt muss ich noch eine Kiste machen. Was verstehst du nicht? Was ich nicht verstehe, ist, warum es bei uns in Deutschland nicht so einen günstig Almdudler gibt. War alles fertig? Das gibt's in Österreich, ja. Was auch? Voll geil, Mann. Weil... Keine Ahnung. Weil ich mit meiner Schwester nach Scherding umgekommen bin. Und das erste, was ich gesagt habe, ich brauche Ardentudler. Ganz viel. Das sind quasi Kräuter. Dann haben wir halt einfach so ein Sechserpackchen vom Hofer mitgenommen. So geil. Vom Hofer. Vom Hofer. Vom Hofer. So. Vom Hofer. Jetzt haben wir eine Gewandkiste auch, ja? Mhm. Ist doch schick. Ja. Hast du auch die Tür unten gesehen? Nee, ich war noch nicht unten, weil ich räume die ganze Zeit. Die war nicht mehr vorhanden. Ach so. Mich hat aber keiner gestört. Ja, weil die unten rumgelaufen sind. Hihihihihi. Mich hat keiner gestört. So. Weil Hol hat ja wieder ges... Hol hat ja wieder geschlossen. Was hab ich geschlossen? Hm? Geschlossen. Geschlafen. Äh... Max hilft mir. Der geht immer los auf mich. Rasen. Der geht immer los auf mich. Na der da. 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 Der andere von nebenan. Na der da. Na der da. Na der da von nebenan. Na der da von nebenan. Na der da. Na der da. Na der da. Bei uns arbeitest du eigentlich nochmal. Das hab ich schon vergessen. Villa. Villa? Mhm. Okay. Cool. Rewe. Ah ja. Heyhihihihamhi schon hunderttausend Arten von Sonnenbrillen. Untertitelung des ZDF, 2020